Wir befinden uns hier auf der vermutlich größten zusammenhängenden Goji-Plantage der Welt. Hier wird die Goji-Beere angebaut in Marokko auf 1200 Hektar. Wir haben jetzt hier mit der Pflanzung angefangen. Das Projekt umfasst nachher 6 Millionen Pflanzen. Die ersten Pflanzen wurden jetzt 2017 gepflanzt und in den nächsten Monaten geht es zügig weiter. Wenn Sie Interesse am Anbau von Goji haben, eine plantarische Beratung wünschen, unter diesem Video finden Sie einen Link mit allen weiteren Informationen. Gerne können Sie sich dort auch zu unserem kostenlosen Videokurs anmelden.